So, sehr geehrte Pressevertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des neunten Spieltags in der dritten Liga mit der Partie TSV Havelse gegen Viktoria Köln. Endstand 1 zu 0 vor 527 Zuschauern in der HDI Arena. Ich begrüße zur Pressekonferenz beide Trainer, Olaf Janssen für Viktoria Köln, Rüdiger Ziel für den TSV und Herrn Janssen gebühren die ersten Worte. Ja, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch Rüdiger zum ersten Sieg. Hätte ich mir natürlich anders gewünscht, dass es gegen uns ist, ist klar. Zum Spiel will ich eigentlich auch gar nicht so viel sagen, weil es eigentlich ein Spiegelbild der letzten Wochen ist, dass wir ganz gut Fußball spielen. Ich fand auch, dass wir vernünftige Lösungen hatten gegen das Spiel von Havelse, weil die letzten Wochen haben gezeigt, auch sehr spielstarke Mannschaften, wie groß die Probleme sind. Da haben wir sicherlich einige Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, dass eben die Mannschaft das Spiel gewonnen hat, die absolute Gier hatte, dieses Spiel auch wirklich auf seine Seite zu ziehen. Das hatten wir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht. Da sind wir einfach zu leichtfertig. Mit so ein paar knappen Situationen. Auf die zweite Bälle, 1-1 Situation, 50 Prozent Bälle, die sind dann zu selten auf unserer Seite gefallen. Das hat den Gegner natürlich auch ein bisschen aufgebaut. In der zweiten Halbzeit haben wir sicherlich alles versucht, in die Waagschale zu werfen. Aber wenn man von Anfang an nicht ehrlich zum Spiel ist, dann wird man meistens bespraft. In dem Fall waren das wir. Das ist auch gut so, weil wenn man eben nicht bereit ist, wirklich an diese 100 Prozent zu gehen, alles aus dem Tank zu hauen, was da ist und auch sein Tor so zu verteidigen, wie es sich gehört, dann steht man eben oft als Verlierer da. Und von daher dann am Ende des Tages, so wie es gelaufen ist, dann einfach auch ein verdienter Sieger. Und für uns sicherlich in der Situation eine extrem bittere Pille. Und die müssen wir dann sicherlich in den nächsten Tagen erstmal schlucken. Vielen Dank. Vielen Dank, Olaf Janssen. Rüdiger, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel investiert. Die erste Halbzeit war das für beide Seiten Tormöglichkeiten, da in Führung zu gehen. Wir haben dann durch die Elfmetersituation es genutzt, einfach mit dem 1-0 dann auch in die Pause zu gehen. Und es war einfach klar, die Marschroute, dass wir weiter Fußball spielen wollen und irgendwann einen Wechsel hinkriegen müssen, Intensität, mal lange Bälle auch zu spielen, auf den zweiten Ball zu gehen. Dass wir jetzt nicht nur verteidigen im eigenen Sechzehner, sonst wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, wir haben das Spiel relativ oft von unserem Tor weggehalten, haben sehr, sehr viel investiert, sind immer wieder vorne auch angelaufen, attackiert und gegen eine spielerisch gute Mannschaft einfach wenig zugelassen. Und am Ende, glaube ich, was Olaf gesagt hat, wir sind einfach an die 100 Prozent rangekommen. Und das müssen wir einfach jedes Spiel. Und das haben wir heute geschaffen und haben uns einfach belohnt, dass wir heute dann auch als Sieger vom Platz gehen. Und es ist einfach gut zu sehen, die Entwicklung der Mannschaft, wie wir, ich glaube, die ersten Spiele aufgetreten sind, wenn man es gesehen hat und heute dann irgendwo eine deutliche, deutliche Steigerung, was wir einfach am Ballbesitz auch machen, Intensität einfach über 90 Minuten. Und so müssen wir einfach weitermachen, dass wir auch die nächsten Spiele dann weiter erfolgreich bestreiten können. Ich glaube, heute ist einfach große Erleichterung über den ersten Sieg und haben die Jungs sich verdient, dass sie auch ein bisschen feiern können. Dankeschön. Vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter an die beiden Trainer? Das Mikrofon kommt von Nils, Stefan Gaube von Kicker. Ja, Herr Ziel, wie ist das so mit 60 Minuten mit einer Führung im Rücken? Das ist ja ein ganz neues Gefühl gewesen, oder? Ein schönes Gefühl. Ich glaube, es war immer so, dass wir in Rückstand geraten sind und jetzt einfach mit der Führung einfach gestärkt aus der Pause auch rausgekommen sind, dass wir einfach viel, viel investieren wollten und das einfach verteidigt haben mit Leib und Leben. Das war auch die Ansage in der Halbzeit, dass wir alles in die Waagschale werfen müssen, das zu verteidigen, plus aber auch Nadelstiche zu setzen, dass wir eventuell noch ein zweites Tor nachlegen können, um das auch früher zu entscheiden, aber es war einfach eine Erleichterung zu spüren bei den Spielern, dass der Elfmeter reingegangen ist, dass wir endlich mal in Führung gegangen sind und das dann auch über 90 Minuten auch so gehalten haben. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt nach Köln und dann sehen wir uns zum nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 2.10. Vielen Dank, schönen Abend.